Dorn Alter Und? Ah, nur Silber! Pure Silber! Verdinnn! Komm mal? Okay Herausforderung 4 Weiche den richtigen Moment aus, um die Dorn zu durchqueren Oh, warte Ah, okay, guck den Silber 35 Verdammt! Verdammt! Hast du? Wow Scheiße Alter Ja, direkt neu, oder? Komm mal, Neustart Ah ne, du hast noch Okay, jetzt hab ich verkackt Mach Neustart 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 Go, go! Verdammt Direkt so schnell Arschleck! Ja, ist klar! Ich sag ruhig Aber ja, ich hab am Anfang auch gekackt Ja Ne, du brauchst nicht Meine Hand war da und hat mich angekackt Und so halt Ja, ich mag es noch nicht Ja, ich mag es noch nicht Und jetzt die eine Mario Silber Also Wir müssen 10 Minus Direkt Direkt Und wenn zu viele da sind Ja Ja, wir müssen Instant Äh Dingens, ja Super 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 확인 Super Ja Dingenscheid Super total Hefe W September Alter! Okay, letztes Mal! Nepp man! Alter, ich schüttel! Da hinten schleiß ich was. Jetzt kommt er aber da. Oh, dann! Oh, dann! Nimm ihn! Nimm ihn! Ja, klappt! Egal, wir machen weiter! Mal gucken, wer uns diesen Rekord dann choppen kann! Ja! Da ist er nicht zukommen! Ja, solange wir ihn halt machen! Aber er ist eigentlich gleich! Dann geht's ihm zwei Mal rein und dann! Ja, ja! Uwe, jetzt geht er! Ja! Ja! Da müssen wir nur auf die! Ne, ich glaub irgendwann kommen noch diese Blasen! Was ist hier? Was ist hier? Ne, das sind ja keine Blasen! Das sind doch keine Blasen! Ach du Scheiße! Alter, bin ich! Da bin ich! Ja! 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 Gib ihm治! Gib ihm! Gib ihm! Gib ihm! einfach raun! Wann? Das sind doch viele! Faaaaaaaah! Faaaaaaack! 3 Minuten 9, Junge! Boah! Übel! Bam! Gold! Ja, ich weiß. Ja, es wurde um 6. Ich denke die Gegner ohne Ausweich. Ja, das ist gut. 7. Springe auf die Hässe. Ich bewege die Plattform und komme endlich schnell hin. Was ist denn? Silber-Ring und Weiß-Spack. Was ist denn das? Was ist denn das? Scheiße. Nein, nein. Nein, nein. Ich weiß nicht, nein. Ich weiß nicht, nein. Neue Schuss. BAM! BAM! Wir wollen ja ein bisschen... Wir wollen ein bisschen zeigen und so. Wir wollen auch zeigen über die einen, ne? Fuck. Fuck. Neue. Neue. Was ist denn die Schafe? Fuck! Fuck! Oh, die Motherfucker! Oh, zu mir! Komm! Oh, der ist jetzt halt ein bisschen Augenhöchzt, nicht wahr? Oh, oder? Nein! Verdammt! Wir haben ein Faschie... ...denkling... Ach du? Boah, aha, das ist grad noch ein空chen Baumhofer. Ja, übrigens. Okay, Fil дом und Sil ули, Remus. Wir haben einen Kongos versuchen, oder? Ja, also nicht ausweichen, einfach einen Raubballer. Oh Gott, ein Kongos! Nein, das ist doch scheiße! Nein, doch 100! Oh, guck mal, jetzt haben wir einen Schiff. Ja, ich höre, wenn sie das braucht. Maler, zöpfen. Jetzt hast du vom Ausweiter. Ja, die? Oh Gott, nein. Wir wollen das nicht noch mit drin, 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 drin. Ja, 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 ja! Wir haben, wir haben versucht! Ja, 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 ja. Jawohl! Das Ding ist aber gut. Ach, was denn? Ne, fliegt nicht. Ja, okay, wir sind dabei. Wir sind dabei. Wir sind dabei, Bruder. Oh, guck mal, guck mal, guck mal! Guck mal, ist dein Gedan. Herausforderung, ha? Ne, doch, kann man das. Sehr gut. Okay. 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 Oh, das war noch mal 9. Dann musst du deinen Schicksal mit so umgefallen. Dann musst du noch mal 10. Ich klicke deine Gegner ohne. Ne. Funktionell. Dann musst du deinen Schicksal mit so umgefallen. Oh, Gott. Okay, geiles Ziel. Ich klicke deine Gegner. Alter. Wtf. Hühnchen. Alter Schwede. Guck mal, guck mal. Watt hab ich überhaupt Kult. Ich bin die Schicksal. Ja? Ja. Jetzt hübsch. Wohohohohohohohoh. 35 Sekunden, Nuha. Nuha. Es geht viel schneller. Ebel dein. Herausforderung 12 Ich bin an dem Weg um die beweglichen Hindernisse zu übernehmen Eine Minute Silber Wie schnell geht denn?